ich habe keine ahnung was ich mache ich werde mir wahrscheinlich gleich einmal was runter haben das will ich ja nicht ach komm ich glaube das ist keine zeit der gleich versteckt sich was ist das? jetzt habe ich einen Tag gekriegt für den Müll oh das ist eine Granate, ne? aber ich bin ein kleiner Wurm, mir sollte das nichts ausmachen ah Mist na Morty? sollte 100 Sharden machen oder? nein Scheiß Morty, töte mich nicht, töte mich nicht. Fortun favours the ball. Das sollte reichen! Ja! Nein! So, okay, 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 okay. Oh, Hannah, Meister Frontschaden. Aber ich war nicht schlecht! Nein, überhaupt nicht, weil ich fürs erste Mal war es klasse. Ja, fürs erste Mal war es echt gut. Ich habe mich bemüht und nachdem ich dann irgendwann endlich gefunden habe, wie ich schieße, fand ich gut. Noch eine Runde. Von mir auch gerne. Also ich würde noch eine spielen. Aber Morty, zwischen dem habe ich auch geschwankt. Ich habe auch überlegt, ob ich den... Okay, drücken wir mal auf den Knopf wieder, um bereit zu sein. Ich habe den Knopf gedrückt, Morty drückt nicht. Aber jetzt versteckt er sich immerhin nicht mehr in irgendwelchen Löchern. Okay. Naja, machen wir die Map. Naja, machen wir die Map. Sherlock Holmes, nein. Geh nicht drauf. Ähm, du wolltest doch Gesellschaft, ne? Nein. Der Baseballschläger funktioniert noch nicht. Das macht nichts. Ich finde was anderes in meiner schönen Geste. Also, wenn sie mich da nicht runterkriegt, ich weiß nicht, womit sie mich da nicht runterkriegen könnte. Warte. Wie war mit Kanonen auf Spatzen? So. Ups. Aber hey! Es hat funktioniert! Ja, bist du vergiftet und so, aber... Es hat funktioniert! Ja, Morty, weißt du, wo ich stehe eigentlich? Nicht? Alter! Das ist doch zum Kotzen. Ich glaube, ich muss Morty da oben mal Gesellschaft machen. Mir geht's so. Morty, das sieht nicht gut für dich aus. Hm. Werd schon. Ich habe eine schlechte Entscheidung, wo ich ihn gehe, aber... Ja! Oh! Schade. Oh, ist tot. Nein! Nass! Das hab ich von dir noch nie gehört! Das ist klar! Morty, das hab ich von dir noch nie gehört! Ja. Ja. Vor allem nicht mit so einer leidenden Stimme! Ja. Ja. Wie war das mit, äh, mit, äh, Dingens auf Spatzen schießen? Ich schieße nicht mit, äh, auf Spatzen, ich schieße auf Doktor Who. Ja, genau. Er schießt auf. Oh mein Gott, so gut. Ähm, was hab ich noch so in meiner Kiste? Ist ganz gut. Hallo! Hallo! Aua! Drei Würmer von dir, am selben Platz. Ich weiß! Deswegen hab ich dir gesagt, ich find die Aufstellung scheiße! Wow! Der holt jetzt Bomben! Ich sag's dir! Geht's! Was war das denn grade? Der hat eigentlich hochgesprungen, aber irgendwie hat er von mir gedacht, ja, ich bin so fett, ich muss runterrutschen und Schaden kriegen. Das war etwas peinlich. Was? Hat gut funktioniert, Morty! 1a! Was? Da wartest du von Samira! Das stimmt. Was hab ich denn hier? Ähm... Oh! Was ist das denn? Das sind Minen! Oh oh! Oh! Das war nicht der Plan! Epic Fail! Ja, das wusste ich nicht! Die anderen sind auch immer einfach drüber gelaufen! Ja, die kleinen können drüber laufen, aber die großen nicht, oder die mittleren. Nur die kleinen. Toll! Was machen wir jetzt mit dir, ne, Morty? Morty guckt schon so! Oh! Ich hab nur... Ich ahne was kommt. Morty, der plant nichts Gutes, sag ich dir. Mhm. Guck mal, er schickt dir ein Schaf! Schön! Meeh! 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 Allah! Ein schönes Schaf, ne? Alle warten gespannt, was Morty aus der Waffenkiste zaubert. Guck mal! Guck mal! Alle warten gespannt, was Morty aus der Waffenkiste zaubert. Und ob er sich selbst in die Luft jagt? Nein! Nein! Doch, tut er! Nein, tu ich nicht! Was? Du hast keinen Schaden bekommen? Nein! Worauf stehst du da? Da steht noch Fels! Guck mir mal die Waffenkiste an! Ich hab einen Brenner und... Eine Uzi! Oh! Hm... Du sitzt da unten so schön! Ähm... Ey, geh auf Morty lieber, ne? Also ich... Ich bin ja der Schwächste hier gerade. Nein! Nein! Doch nicht ins Feuer! Oh Gott! Wir sind ja der Schwächste! Ich bin der Schwächste! Ich bin der Schwächste! Ich bin der Schwächste! Ich bin der Schwächste! Und das war keine von mir! Das war Zufall Ich dachte schon, du magst mich Morty, ich schleppe dich in jedes Gottverdammte Together, das ich mache Hast du noch irgendwelche Fragen? Was macht der eigentlich da? Ich habe so Das sieht so nach Begattung aus Aber irgendwie, ich weiß es nicht Ich hole eigentlich Baseballs, aber es passt nicht alles Vor allem, weißt du, was ich irgendwie bezeichnet finde, Morty? Was denn? Dass zwei deiner Namen den gleichen Ja Ja, ne? Ich sehe halt, gewisse Menschen gerne sterben Aber wir hören mal, wir hören mal Ja Sehr gut Hanna Das geht so gar nicht Oh, mein Arme Der sitzt da ganz alleine Eine HP Der Arme Ich überlege gerade, ob du jetzt nochmal das gleiche wie eben probierst Ne, tust du nicht Morty, hast du nicht gerade festgestellt, dass ich dich schön in Ruhe lasse? Das tue ich doch auch bei dir Habt nicht einen Schaden bekommen? Nein Ich habe um dich herum geworfen Wie, der lebt noch! Ja, der lebt noch, Morty Ja, er lebt noch Er lebt noch Er lebt noch Ja, er lebt noch Lebt noch, stirbt nicht Du, Zeitkommando Ähm Ich gebe den Tipp, da der Ekel nächste Runde stirbt, weil du vergiftet bist Würde mich selbst opfern Ja, ich weiß, aber ich weiß nicht wie Wie, wie mache ich denn Kann ich die auch Du machst mir eine Bazooka Bazooka Nimm die Bazooka und schießt gegen den Boden Oder Kamikaze Hm Ich kann es auch mit der Lenkrakete probieren Ich glaube, auf die Entscheidung die Lenkrakete Schwarzsinnig, aber okay Nein Ich glaube, Zeit ist vorbei gewesen Zeit ist ausgelaufen Scheiße Tööy Ich glaube, ich weiß nicht wie